Um diese Messe zu besuchen, müssen Sie Fachbesucher sein und sich entsprechend legitimieren. Privatpersonen erhalten keinen Zutritt. Halten Sie Ihre Legitimationsdokumente bereit, bevor Sie den Online-Prozess starten. Welche Dokumente Sie benötigen, finden Sie auf der Webseite unter dem Reiter für Besucher. Zulassung als Fachbesucher. Verlieren Sie vor Ort keine wertvolle Zeit. Legitimieren Sie sich stattdessen bequem online. Sie erhalten Ihr E-Ticket nach erfolgreicher Prüfung. Das geht ganz einfach. Wählen Sie Ihr gewünschtes Ticket oder geben Sie Ihren Gutscheincode ein. Legen Sie dann ein Benutzerkonto an oder locken Sie sich mit Ihrem bestehenden Account ein. Personalisieren Sie anschließend Ihr Ticket. Nun müssen Sie sich legitimieren und können bis zu drei Dokumente als PDF, JPEG oder PNG hochladen. Wählen Sie außerdem den zutreffenden Dokumententyp aus. Bitte beachten Sie, dass jeder Besucher individuelle Dokumente zur Legitimation benötigt. Ihre hochgeladenen Dokumente erhalten wir erst, wenn Sie die Legitimationsanfrage abgesendet haben. Sobald wir diese geprüft haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Waren die Dokumente ausreichend, enthält diese Nachricht entweder einen Link zum Bezahlen und Abschließen Ihrer Bestellung oder bereits Ihr E-Ticket, wenn Sie einen Gutschein eingelöst haben. Mit dem E-Ticket haben Sie direkten Zutritt zur Messe. Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden Messebesuch.